Hallo Leute! Willkommen zurück zu Let's Play! Hallo Leute! Willkommen zurück zu Let's Play! Hallo Leute! Willkommen zurück zu Let's Play! Auf der... Was? Playstation 3? Was wär's noch raus? Was? 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 Jetzt sehen wir wieder wunderschöne Schriften. Aber... ...dass wir noch nach Vorspielen. Hä? Darf ich da vorspielen? Darf ich da vorspielen? Ja... Also sonst kenne ich ja bloß die Leute von Let's Play! Super Mario! Das Auspielen ist heute nicht angenehm. Let's Play war doch immer ein Bier. Also mein Quart. Aber ich glaube, ich leg noch mal 10 Minuten. Oder ab sofort... ...kall auf die Leute von Let's Play! Da, ich weiß nicht, was das heißen soll. Weil ich hab ja als dem Video Let's Play gesagt, dass ich mich für Bildung vertreibe. Und damit geht die Party, so gesagt. Ich interessier mich nur an... ...kauke nicht zu tun. Ich hab ja schon mal einen Fall gespielt. ...vorgespielt... ...aus mit ersten... ...wörter Standardsteuer. ...aus dem Ziel. Ja, 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 ja! Ich wollte... ...aufnahme schon davor machen. Aber war sie böse... ...und aufnahme... ...tappe sind drücken. Das ist ein bisschen... ...zu... ...zu... ...und... ...b appel... ...sonst geh ich lage mit den Nachbarnen. Ich spiel wie Nathur! Was geht ab? Ach, hier sind wir da wo wir... Ey! Autsch! Ja, Alzheimer-Kräfte! Ich hab wieder Alzheimer, ich hab vergessen wie man... Ey, Dingsbums! Dingsbums, hallo? Guck mal, ich hab nen Schlag aufgemacht! Dingsbums! Böser Dingsbums, aus! Pfui! Das macht man nicht! Ja, ich spiel wie Hacker! Noi! Hey, er wird nicht geschossen! Das ist doch keine Schießanlage! Ja, nur ich darf das! Ja! Stiuwi! Autsch! Stiuwi ist gut! Stiuwi stirbt! Hey, als Maudmensch! Ja, voll Pfosten! Ja, voll Pfosten! Hohl Pfosten! Hohl Pfosten! Hohl Pfosten! Au, die schießen ja auf mich! Eeeee! Das ist ja mal gar nicht cool! Oh, oh, Granate, Granate, Granate! Zeig euch grad mal die Meldung! Tschüss! Was? Was ist denn das für eine Sicherheit? Hey, Angeber! Ja? Ich will auch angeben! Ach so, da ladet man nach! Was? Oh, er hat geblutet! Au! Was soll das? Uuuuuh! Ist Freund tot? Freund? Hallo, Freund! Was geht ab, Freund? Bist du noch bei Sinnen? Bist du noch bei Sinnen? Hihihi! Tschüss! Ach so, da bin ich! Ich darf doch mal! Ich darf doch mal! Hallo! Geil! Hallo, Freund! Hey! Wer schießt da? Wo kommt das her, mein Freund? Ja! Sind das etwa magische Kugeln? Ja! Ich mag magische Kugeln! Zauberreich ist immer mein Bestfriend! Äh! Ich schieß hier immer noch! Ihr musst es irgendwann spawnen, da geh ich nicht heben! Und dann schon in mein Quart! Ja! 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 Tschüss! Tschüss, Freund! Der ist los da schon wieder! Was ist denn? Ich hab keine Kisten! Ist doch hier ein Baumarkt hier! Oder wahrscheinlich doch! Das ist doch hier ein Baumarkt, ey! Guck mal, jetzt geht jemand aus! Guck mal, jetzt geht jemand oben! Ah, ist denn so ein Kisten, Alter! Stür! 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 Wieso? Stür! 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 Ach! Uhhh! Ja, ganz gut! Stür! enerifol! Sch�uuun! Die schießen ja immer noch! Autsch! Ich schieß die von ne Granate! Uuups! Stür! Stubi will mich erschießen. Darf ich mal reingucken? Darf ich bitte mal reingucken gehen? Die schießen immer noch! Au! Sie schießen immer noch! Ich muss mich auf die jetzt klein machen. Hey Kumpel, kann ich da nicht schießen? Okay, schieß doch schon. Die Party hat sich schön. Oh, die wurden von einer Granate getötet. Na ja, dann wollen wir mal die Party fortsetzen. Guck mal, Kumpel ist auch wieder da. Kumpel, hallo! Oh, oh, süß! Seine, ich lasse die Videos wieder raus. Die Granate mich aus. Wer bist du denn? Sag mal, wirst du für eine Geifrend? Oder sonst was, oder was auch immer. Schon ein Video erstellt habe, aber irgendwie das... Schreit durch! Mach es hier, schreit durch! Autsch! Die schießen ja, wer die will! Die schießen alle wieder auf! Ja! 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 War es ausgeschalten? Ja, klar! Die überleicht! Was heißt denn die Ausch? Juhu, was soll das? Tschüss! Du kannst dich aber schön bewegen! Kannst dich auch nochmal schön bewegen? Ja? Wirklich? Lollisch! Lollisch! Scheiße im Sinn, ey! Lollisch! Da, 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 da! Mau, joh! Aaaaaaau! Juhu, die hat ne weh getan! Tschüss! Guck, scheiße! Aaaaaaah! Der Schreitisch! Der arme Schreitisch ist explodiert! Oh nein! Was mach ich nun? Ich hab doch kein Geld für die Rechnung! Werd ich meine Rechnung mal mit Schießbezüschüssen bezahlen, wenn das in Ordnung ist! Es sind bloß essentielle nette Pistolenkugeln, die so gesagt in der Menschenkörper eindringen! Uuuuuh! L1! Oh oh! Autsch! Hey, Family Guy, Fred! Was soll das? Tschüss! Meine Freunde! Trennung geschwebt, aber ich weiß! Längs, längs! Links ist ne schöne Seite, ich weiß! Oh, das war aber auch! Autsch! Wir haben mich denn wieder eingeschossen, Alter! Wirklich! Hallo? 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 Du bist ein Dojo? Du bist ein Dojo? Ach, wie schön! Ja, ja! Hey, Dojo! Hey, Dojo! Was will das? Dojo, wo steckst du? Warum kühlst du? Dojo hat mich wieder angeschossen! Hallo? Dojo? Wo bist du? Dojo? Hallo, Dojo? Da war Dojo! Da war Dojo! Da war Dojo! Alles klar! Dojo, hallo! Oh, Dojo hat dich nicht gelegt! So ein fauler Sack, Alter! Dojo ruft! Hallo? Dojo? Ey! Dojo! Was ist denn da, Dojo? Autsch! Dojo ist gut! Ich weiß nicht, wie man... Auuuuh! Ich weiß nicht, wie ist das... Ich weiß nicht, wie ist das... Ich weiß nicht, wie ist das gar nicht bewusst, dass das Weh tut, äh! Weiß ich gar nicht bewusst, dass es Weh tut! Wem interessiert denn das hier wahrscheinlich gar kein? Dojo! Hallo! Dojo! Hier mein Freund, hier, friss das! Die schmecken sehr gut! Es riecht in euren Körper Blut! Ich weiß, das hat sich schlecht gereimt. Nachladen, nachladen, immer noch nachladen! Hallo, Dojo! Das ist, was ich heute teizen soll. Da ist Dojo, da ist er! Ich bin einfach mal durch die Abgeräte. Tschüss! Steine stehen im Weg. Ah, Dojo ist gut! Dojo ist nicht da! Hör mal nur so einen Schrott, ey! Das ist doch lustig! Schjubi, schjubi, schjubi! Hehehe! Dojo! Was soll denn das? Kommt ein Dummscheißer, komm! Danke, wer ist hier schöner als Deins? Deins ist so hässlich abgekrückt, Alter! Junge, Junge, Junge! Deins ist so hässlich abgekrückt, alles klar! Hallo! Dojo! Hallo! Ich folge euch alle! Dojo! Hallo! Es ging alles sehr schnell! Dojo! Sind die Dojos noch alle da? Hiiii! Wow! Voll ein Micro-Alektions! Ich bin ein Ding interessiert, wie ein verkammeltes Haus! Hiss! Ich weiß, ich bin ein... Ich bin ein Freund von Dojos Bohrner! Das ist ein bisschen das einfach! Hehehe! Ich bin ein Freund von Dojos Bohrner! Ich bin ein Freund von Dojos Bohrner! Was machst du denn da? Was machst du denn da? Ich verschirf die ganzen Typen, Alter! Hübsch! Hübsch! Und dass man nicht mal so abgefasst hat! Au! Der hat mich wieder angeschossen! Heeeee! Geht immer hier! Tschüss, Dojo! Du willst auch Tschüss sagen? Dann schießen wir mal! Tschüss! Autsch! Der schießt auf mich! Also nein! Hallo! Grüß! Tschüss! Autsch! Wo sind die alle? Wir schießen mal schon so ab, wie es auch geht rollig! Hey Dojo, was geht ab? Hehehe! Hey Dojo, was geht ab? Ist das nicht rollig? Das ist auch noch ein Dojo! Tschüss! Auf Wiedersehen! Ich gebe auch an! Seht ihr mich? Ich bin der Motherfucker Mario! Mach jeden Spaß! Ich bin der Motherfucker Mario! Und der wird mein Gezucker Mario! Tschüss! Au! Das Ding ist kaputt gegangen! Wir spielen heute mal! Er schießt den Stubi! Ich glaub der Automarkt kriegt nicht hoch! Hey Stubi! Ich geh schon mal vor! Ich geh schon mal vor! Wir freuen uns! 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 Dojo? Hallo Dojo! Hallo! 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 Vielen, vielen, vielen Gruß von Stubi TV! Hehehe! Vielen Gruß von Stubi! Hey! Dojo ist schon wieder vorne gekommen! Erstmal in erinnern, dann verarsch die Frau uns allen! Ach Stubi! Das ist mein Spruch! Ach Stubi! Ach Stubi! Ach Stubi! Ach Stubi! Willst du mit dem Sprung nachhaben oder was? Ich glaube es hart! Die ist doch schon froh! Ich versteck mich mal! Ich versteck mich mal! Auch! Ich hatte Wund! Hey Dojo! Oh ne! Ich hab dir die ganze Zeit beim Üben da wieder zurückgekackt! Hey! Ich hab meine Granate! Darf ich mal wieder zurückgekackt! Welche Kisten? Geht schon viel! Hey! Hey! Autsch! Die schmeißen ja schon Granaten hin, die Freunde hier! Hey! 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 Das das ist ésret! Komm, lauf, lauf mal ein bisschen. Wie schön dich die sehen tu, mein Freund. Die laufen irgendwie nicht, die hören gar nicht auf mich. Das ist ja mal gar nicht nett. Alter, du, der brennt ab. Ausstuhl ins Scheißhaus, ey. Da brennt hier alles ab, ich will nicht ab. Da sind die Stiubis, da ich seh die ja gar nicht. Da sind die Stiubis. Hey, Stiubi. Stiubi, was soll das? Das ist, hakt das Mario weiter. Der schießt da den armen Wagen an. Ich weiß, okay, das ist viermal. Hey, das Auswahl, die Hälte kostet du und so. Also, du bist ja mein ganz und höchst nicht hier. Gut, mein, ich bin klein geworden. Ich bin klein geworden. Ich bin klein geworden. Wow, die schießen ja wie die letzten Marios hier. Ich hab die Schuhe verkehrt. Nein, aber was los ist, die Stiubi schießen von überall. Oh, ich hab nur noch 63. Die sind alle besopfen, Alter. Ich will schon mal vor, wenn ich sie darf. Hey, achte sich. Wow, Dojo, schieß. Ah, Dojo. Meine Mundi wird so schnapp. Ja, die Stiubi aufmachen. Hey, hey, Dojo. Was soll denn das? Spawner kiep ich, Freund. Erstmal, natürlich. Ich darf die Preise drücken. Ich darf die Preise drücken. Ich darf die Preise drücken. Ihr müsst doch meinen Schrott verstehen, was ich blubber, ey. Oh, jetzt nur für meine Galate. Versteckertag. Sei es, dass Verstecken gar nicht in der Attacke ist, aber... Ich glaub, das war's jetzt für Dojo. Hallo, jetzt für Dojo. Hallo, jetzt für Dojo. Tschüss. Tschüss, Axel. Ich glaub, die Mundi ist so wenig. Dojo, haus, blöder Dojo. Pfui, Pfui, Pfui. Tschüss, 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 tschüss. Ich glaub, die ganzen Dojo sagen. Ohhhh. Ohhhh. Dann werde ich das mal zum Explodieren bringen. Ich muss ja gar n bisschen wenig Verlag machen, weil... Ich glaub, wir kommen uns da kurz müh... Oh, 23. Naja, ich... Also, dann sieht er schon eine Anzeige. Jetzt lass mir eine Munition wieder da auch generieren. Das wär... Ups. Cool, ich hab einen Kurzweibung erreicht. Tschöööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Ah, böser Dojo! Was ist das denn? Dojo! Oh scheiße! Dojo tut mir weh! Dojo was soll denn das? Juhi! Lass ihn ab! Tschüss Dojo! Oh! Ah, du hast ne Tür! Oh ja! Okay! Irgendwie ist das denn? Mein Titten hat schon Zeit, Leute! Dojo macht Zeit! Juhi! Ich hab noch nicht mal Discher zu sagen sollen! Du hast das Auto nicht! Ich laufe! Juhi! 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 Tutu! Was für dämlicher Spruch! Da hast du mal raus! Sch! Sch! Ich weiß! Oh, die haben mich verarschen! Was zeugt denn da unten? Boah, was dachte ich denn? So, dann wollen wir mal weiter. Wo ist jetzt so weit? Ja klar! Ja klar! Das ist ja mal voll witzig! Ein sichere Welt! Genau! Du hast mal so'n sarkastisch! Keine Ahnung! Nein! Die Füße! Juhi! Du hast schon wieder Scheiße gekauft! Du hast noch viel getan! Ja! 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 Ich hab dich ja... Doch, mein Nachhinein! Das ist so'n das Flugzeugverkehr! Guck mal das, Mann! Guck mal das, Mann! Wie geht's doch so? Heute, wie gerade ist es? Bist du in Maschinengewehrkugeln? Wir haben doch keine, der kriegt heute eine! Hahaha! Hey! Meine Freunde für dich! Ups! Meinst du das? Mario! Hallo! Upsi Stupsi! Ich mach' alles kaputt! Tut mir leid! Das Maschinengewehr ist schuld! Ich bin nicht schuld! Das Maschinengewehr ist schuld! Das ist dein Schirme in Deutschland! Guck, kann ich das halt machen? Aber ich kann da so'n spielen! Wo ist eigentlich das Meister? Aber scheiß ich brauche! Ja, aber scheiß brauche! Wir sind einfach nicht so. Warum? Schöne Russen. Ein. Ja, ich mach selbst Suizide. So meine Freunde, jetzt sollt ihr alle dauer. Die O.W.N. Reiser Bitsch. Reiser Bitsch. Schöne. Ach, nein. Ach, nein. Ach, nein. Das hat so zu spielen. Ja, das hat so zu spielen. Dreck. Ich bin nicht nur. Juh, juh. Schöne es in Ohr langsamer. Ich bin gekült. Hallo, ich weiß auch was. Ich frei meinen ganzen Schiff. Ha, ha, ha. Hallo. Hallo. Was ist denn das für eine Welt? Hey, du hast ein schönes Gesicht. Schau, Jürgen. Ich frei meine Finger. Ich kann die Kamera besägen. Hallo. Ich glaube, geht zu euch. Was sind noch da? Das ist ja meine Zähne. Wie ist denn das für eine Zähne? Die Zähne putzten sich aus dem Fisch. Hallo, Drehentyp. Ha, ha, ha. Juhu. Was ist denn das für eine Zähne? Ja. Ne, schon wieder der Fisch, drück ich zumal. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. 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 Ja, ja. Oh, endlich! Oh, wir müssen uns schon mal behalten. Was geht denn hier, sag? Eeeh! Eeeh! Toto sind wieder da! Eeeh! Ich hasse Toto! Oh, ja! Wir müssen nach Drogen schauen! Hallo! Hier ist was wert! Wer ist? Was soll denn? Guck mal, die spielen automatisch für mich! Hahaha! Wir ballern ja überall rum! Was soll denn das? Wir schießen ja schon wieder! Ja, du hast ja jetzt hier mit euch! Hahaha! Ja, steht auf! Ja, wie Pottertauber! Tschüss! Wir laufen und laufen durch die schöne Welt! Wir laufen und laufen durch die schöne Welt! Hallo! Und so lange ist ja kein Zeitdruck! Alter, lass doch mal die Mangel noch! Hey! So, wieder schöne Gräse! Ja, krieg's immer wieder! Ja! Was sind denn die ganzen Dojos hier? Hallo? Hallo? Ah! Wenn ich überhaupt hier drücken kann! Au! Tschoser! Schööööön! Leute da... Komm einfach hol�� Scheiße, tschööööön! Darf doch gerne mal schauen wo die Är advisest... Aufwaaaia! Woher schießen denn die Instoovies, Alter? Ich selbst kann ja nicht so schnell gucken, wenn man so einen onion free variety ist... Hallo Freunde, wir schießen ja alle schon vor mir, ey, ich will auch mitspielen, komm schon, ich bin der Spieler, komm schon, ich bin der Spieler. Hallo Gefangener, hallo Gefangener, was macht ihr so schlecht, die Firma schießen, Dojo, bist du ein Freund oder Anfalt, ein Freund, äh, hallo, Dojo, wo bist du, äh, ich wollte dich hatzen sagen, hallo, ihr seid überall, ja klar, Mario, fahrt die Kreuzung, Mario Party um die Husten, Autsch, uah, was ist denn das für ein Scheiß jetzt, oh, warte mal, ich komme da ja auch nicht mehr durch, ach du Scheiße, warte mal, ich muss mal kurz in Anleitung gucken, ob man da sich noch, noch mehr verkleinern kann, Ich muss auch, weil ich wollte jetzt nicht stundenlang suchen, wisst ihr, und da hängt eine Leiche, Autsch, Steuerung, Steuerung, Ja, ist ein Kohlemagen, so, Schuvi, jetzt bist du leicht durch, Okay, komm mal hin, Steuerung, tschüss, 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 ich hab Schuess gesagt, Henna, geh mal schlafen, von Bach, komm mal nach vorne, er weiß ich mal um das, aber ich Besuch mal, Oh Scheiße, ich hab's, oah, Scheiße, Juhu, huu, uh, wow, 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 die kann mich hier gar nicht spicken, hey, ausição, ich komm da nicht mehr durch, Hachgesicht war Juhuut, Ah, schön! Ich bin wieder da! Ich knall einfach mal so ein paar Leute auf! Schön! Hallo, hallo Dojo, wo bist du? Ja, 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 läuft einfach mal weg. Ich muss noch was ernsthaft zugeben. Ich kann nicht sterben, ich stehe immer wieder auf und hier ebenfalls. Ich mag lustige Sachen. Laufen wir! Laufen ich, Juni! Ey, ich weiß nicht, was ich klubber. Ich laufe und ich laufe und ich laufe. Was? Seht meine wunderschönen Sachen! Seht meine wunderschönen Sachen! Hörten Sie vier, komm den... Hey, ich verdrück den Öer! Ich verdrück dich hier, ey! Tod, noch kommt, Tod ist ein schönes Wort! Rücken Sie wieder rein, um zu sprechen. Ups! Weischt das? War denn ich? War das ich? Du, mein Freund? Falsch du hier, ey! Auf Faul, aber gerne drauf! Warte mal! Hier, bitteschön! Hier, mein Freund! Das ist alles verschenkt heute! So ein Cheat! Die Todschau sind wieder entkommen! Scheiße! Hey! Wer schieß denn da? Was? Was? Guck mal jetzt, auch noch... Alter! Das Ding ist nicht klaut worden! Eeeeh. Das ist die Rolle, du. Geht das aus in der kleine Sauerstatt? Da ist die Felschen, die sich so gesteht nicht. Was soll ich denn jetzt machen? Hey! Hey! Hallo! Autsch! Eeeh! Wieder Gehebungs-Power! Ich geh' mal rein. Danke! Ich möchte auch noch spielen! Guck mal, der Kontrollabipiert bei mir an der Seite! Halt die Massage! Freude, Freude 2! Hallo Freude, Freude 2! Was soll ich denn jetzt noch machen? Ah, zerstören! Schnell! Auffassen Leute, ich werde hier zugleich schließen! Okay... Auf Wiedersehen! Nochmal! Okay... Hey neuh! Ich würde ja nicht gerade mehr als zu Bösel hier bombardieren! Nö, nochmal! educators auf channel 2 g Oh, hier, hier. Ich wäre ganz... Sonst rollt er ja so viel zu effizient. Oh, shit. Jetzt hab ich's. Hey, Russkipack. Hey, Mario. Oh. Ich glaube, das wird nicht. Auf Wiedersehen. Jetzt haben wir meine Chance bekommen. Nein. Bullshit. Oh, ich hab's kaputt gemacht. Autsch. Das wollte ich nicht. Du bist ein böser Mensch. Wolltest du wollen? Wolltest du wollen? Alles klar. Das ist eine Gautomus wahrscheinlich. Ich meine, ja. Das aussieht extrem hässlich. Aber wenn ich hässlich meine... Nachricht. Geduld ist eine Tugend. Das 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 ist eine gute Jahre. Hey, Freunde. Mein Freund ist nicht safe. Freunden. Und so müsste nur noch ein Penslerchen sein. Ach so. Ah. 7, 6, 5. Ja. Hallo, Penslerchen. Sagst du... Hallo, ich hab Hallo gesagt. Sag mal, Franz, da hörst du nicht. Oh nein! Ich hab's kaputt gemacht! Oh nein! Ich hab's kaputt gemacht! Ich hab's kaputt gemacht! Ich hab's kaputt gemacht! Upsi! Und wenn der Conta ist, dann ist das halt niemals richtig! Freund oder Freund? Freund oder Freund? Freunde sind immer gut! Ich hab's kaputt gemacht! Freund ist immer gut! Ich muss immer... Hallo! Wo geht's dir jetzt hier weiter? Uiih! Was ist wirklich schwer, Alter? Was ist wirklich schwer, Alter? Was ist wirklich schwer, Alter? Hey! Folgen, 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 folgen! Ja! Er ist tot! Scheiße! Keine Angabenmöglichkeiten! Was ist das? Ganz genau, ey! Ey, unser Steigen! Ernsthaft? Heute darf ich... Oh, Scheiße! Ach, nun! Du? Ich hab' ich muss laufen! Lauf, 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 lauf! Eeeh! Da geht's nicht mehr raus! Das Schnappi zeigt... Der hat gesagt... Wir schießen ja alle! Eeeh! Du, Jo! Hallo! Meine kleinen Freunde! Freund! Friend Party! Ja! Mach's dir schön, Alter! Ich hab' ich hingelegt! Huch, sie glaub' ich hab' ich hingelegt! Haha! Schöne ist gar nicht, wenn ich hab's brennt! Ich mag alte Wildschummel! Weißte, Wildschummel sind schön! Ich weiß, dass alte Wildschummel gefällt mir auch! Ich laber dann nur wieder Scheiße! Was geht denn sinnhaft? Ich weiß! Lalalalalala! Schlaf! Ja, hallo! Hallo, Freund! Hallo, mein bester Freund! Hey! Mein bester Freund hat mich gerade gebestelt! Haha! Mein bester Freund hat mich gebestelt! Ja, ich hab' ich gebestelt! Ja, ich bin da! Ja, ich bin da! Ja, ich bin da! Ja, ich bin da! Das ist doch nicht schön! Ja, wunderschön, das ist Drohchen! Hast du auch... Du weißt, Stiubi, Stiubi! Du weißt, Stiubi! Du weißt, Stiubi! Aber da haben wir so ein Teilspiel hin! Versteh' ich nicht! Wie geht das? Du weißt! Du weißt! Aber Leute! Ne, das soll man Spaß haben! Ich dachte, ich sei doch! Juch! Ein unverwuchbarer Freund wird schon mal wieder froh! Hör' ich hab' einen Kloppen hier an! Boah! Du weißt, Stiubi! Du weißt, Stiubi! Ach, er ist der Klugscheißer hier! Hallo Klugscheißer! Hallo Klugscheißer! Tschüss! Ich hab' Tschüss gesagt, du! Uah! Hey, na! Ach, Bock auf Blechner! Laufen! Stiubi! 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 Hey, aufs Maul! Ich weiß, manchmal laufen wir immer wie so ein Geist, das kann ja durch, aber... Macht dir auch so viel Spaß! Stiubi! Okay, ich sterbe! Freude, wo bist du? Freude, wo bist du? Freude, ich such dich! Äh... Ich hab' mir Zeit! Ich muss auch mal... Oh, oh! Was ist der Kette denn? Ah... Ich dachte, ich hab' ich zur Grammatik geschmissen! Äh, äh... Äh... Da hast du... Gäbe Schrift, Gäbe Schrift, Gäbe Schrift! Ich darf wieder schon nicht zu glauben! Hey, wo ist'n? Ich seh' die Anzeige nicht mehr! Welche Anzeige? Ich glaub' ich hab' grad' jetzt Folge nicht so leer! Ich versuch' jetzt mal auch Junkie zu machen! Ja, obwohl mein Freund! Junkie ist ja... Aber... Schön, dass ihr zuhause seid! Und ich weiß, die Zocki... Es muss sogar gar nicht anders gewesen sein! Schön, dass ihr zuhause! Ich glaube, wenn ich da reinlaufe, sieht man erstmal die Pfeil nicht! Und das heißt nicht hinlegen, Leute! Das heißt nicht hinlegen, alles klar! So, sollen wir mal die Wunderwaffe einsetzen? Tschüss! Auf Viersee! Auf Viersee! Alter, die kommen ja in Massen! Wie ein Spawner Cage! Ja, und ab hier weiß ich jetzt offiziell! Nicht mehr weiter! Ich will mal ein Spawner Cage hier finden, Leute! Ja, das wird cool, ey! Ja, das wird cool, ey! Hey! Ich bin schon wieder hier! Ich bin schon wieder hier! Ich bin schon wieder hier! Frende Mie! Frende Mie! Hey! Ich schießen die Haare kaputt! Willst du auch aufs Maul? Ich bin schon noch ein Spawner! Ich bin schon wieder aufs Maul! Dringen Sie die NVA zurück! Ist immer wirklich krasse! Okay! Ich weiß nicht, was das heißen soll, aber... Ich bin schon wieder! Ballerfreu! Hallo, Fränzenie! Ich bin da mit deinem Geier, Schuh! Ich schieß nicht einmal wie so Mario hier! Es ist ja wirklich klein, Mario. Na, sagen wir, jetzt eine Fünfversuche, wenn das denn nicht klappt. Dann hör ich erst mal auf, Leute, weil in den Tretchen wieder rum ist. Ich hoffe, dass mir dann keiner böse ist. Wenn nicht, kommen wir an Part 4. Sie haben uns irgendwann in Part 4. Ich fahr da mal vor mich hin. Juck! Ich fahr da mit dem Freund. Hey, ich fahr da ganz schön. Wir müssen versuchen das auch. So ein böser Junge. Ich fahr da mal vor mich hin. Juck! Ich fahr da mal vor mich hin. Ich bin grad hingekommen. Zeit, die Biggestolpert. Oh, die ist aber sicher. Dann kann ich eigentlich noch Granaten verwecken. Ich probier's mal aus. Okay, erstmal nachladen geht. Ja, und Granaten. Tschüss! Boah! Ja! Jetzt gibt's die Party so richtig ab. Ey, Freund, du musst abholen. Direkte Runterspringen? Scheiße! Was haben wir jetzt die Durchschuss hier anhanden? Ja, ich wollte mir dance hier. Hab den Party! Hab den Rücken! Na klar! Lass doch mal vor mir. Mies! Ich glaub, ich glaub ein bisschen. Wir feiern heut wie Scooby! Du weh! Wir feiern heute wie Scooby! Hehehehe! Hallo! Hallo! Na du! Ich würde eigentlich schießen, meine Freunde! Hehehehe! Ich geh voll da ohne Arme, Alter! Du hast mir so geküsst, ey! Ich schnell mal die Durchschuss hier ab, wenn das kein Stern tut! Au! Die schießen ja immer noch, ey! Hehehe! Das ist nicht so wie alle! Hehehehe! Hehehehe! Was ist das, Mensch? Da war gerade ein roter Arme! Hehehehe! Hehehehe! Hehehe! 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 So Leute! Ich glaube der erste Part ist am Film! Wir sehen uns im nächsten Part! Bis dann! Hehehe! Hehehe! Willkommen zurück zu Leicester! Hehehe! Hehehe! Ich versteck mich mal! Ich bin ne ganz... Ich bin ne ganz Feige! Hehehe! 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 Und die Sojo ist da schon tot?! Nö! Waa! Huah! Hehehe! Hehehe! Wow! Wo ist denn deine ganzen Arschkraft hier? Hehehe! 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 Hoppe! Hehehe! Hehehe! Hab gesagt. Ich fände nie! Ich war sicher. Überraschendetlich! Der ist tot, ja! Ja, aber rein zu klar auf Toeser, halt. Ja, so ein Blödsinn, ey. Wann darf er denn? Unser Rechtsgruppen in Theode. Man macht sich eigentlich nicht über Fremdsprachen. Man macht sich eigentlich nicht über Fremdsprachen. Man macht sich eigentlich nicht über Fremdsprachen lustig. Ich weiß. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Trott, trott, trott geht anders. Trott, trott, trott! Trott, trott, trott! Trott, trott! Ich laufe, ich laufe. Nehmen Sie den Hügel wieder ein. Hallo, wie geht es denn hier weiter bei den ersten Baumstümpfen? Baumstümpfe! Ich brauche ein Navi. Ey, gib mir ein Navi. Ihr seid doch Japaner. Jetzt könnt ihr Navis herstellen. Ich brauche bitte ein Navi. Hallo. Hört ihr mich nicht? Navi wäre ich nett. Ein Navi wäre freundlich. Eki, muss man ja nicht. Oder doch ein bisschen. Lauf, lauf, lauf. Mr. Burns, Mr. Burns. Was ist denn jetzt los? Ich glaube, ich bin wieder geohnt. Aha, Dojos! Ich bin wieder geohnt. So Leute, ich glaube, wir müssen mal den Part erstmal beenden. Ich hoffe, dass ich nicht so viel Schrott geredet habe. Aber es war eigentlich so gesagt. Eigentlich rechtlos. Ich weiß nicht, wie er das empfunden hat. Aber es sei auch eigentlich egal. Also, bis dann. Tschüss! Tschüss! Leute, hör mal, ich fang zurück. Es bleibt mir einmal zehn Jahre alt. Tüch hoch! 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 Wir haben jetzt rausgefunden, ob wir die Blende von der Sonne nicht ändern können. Ja, aber ich weiß nicht, dass ich das gerade mit der Arme kenne. Ich weiß nicht, wo ich denn hier bin. Ich bin bleib, ich bin bleib. Ich bin bleib, ich bin bleib. Ich bin bleib, ich bin bleib. Ich mache das Verhalten auf den Arme. Oh, 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 oh. Oh, Herr Kassi, der kann sich nicht. Oh, so groß ist der Räume. Die Räume, die Räume. Ja, ja, aus meinem Börsenkern. Ich bin schon wieder in die Tellerbuchen. Das ist ja den Pater schon wieder weg. Wir haben jetzt 20 Minuten. Wo ist denn der Lüfter, oder? Ich werde die Gendine da drüber hängen. Das muss ich mir spielen. Wieso? Ich muss es denn so machen. Was ist denn die Umstände? Das ist ein Pfarr. Ich habe eine getroffen. Wow, geil. So, gut. Bis dann. Also, Leute. Willkommen zurück zu Let's Play. Together mit C-Action Spatterkill. Und... Genau. Ja. Also, Leute. Ich muss euch von Düsseldorfen fast machen. Ja, das ist ein guter Rimmel. Ja. 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 Das ist das Akvarium. Ja. 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 Na, da. Ja. Ja. Das ist ein bisschen zu säubern, aber die Schriften, die kann man nicht lesen, Gott sei Dank. Die ganze Filme von den Leuten da ist ein bisschen verpickst. Aber okay, das heißt, das kann viel Englisch. Das ist ein bisschen zu spüren. Ich habe eine Studie gerade und habe 40 Eke-Haftes wieder zurück. Wenn ich das Wort sage, du darfst die Eke-Haftes-Eke, dann soll ich die Grüße auch eine Werle, der unter uns. Die Ernst. Der vorletzten. Warst du die Facebook-App nicht schon? Ach, dann müssen alle fremd auf den Armaktieren die Abo geben. Das sind ja 120 oder 120. Das ist ein Flughafen. Ist das, was ich meine? Ach so, ich habe ihn verlesen. Alles bestimmt. Ich weiß nicht. Ja, ich kann es nicht. Ja, das kann ich. Aber das ist ja in der Wasserwelt. Ein Aquarium. Ach so, ich kann es nur noch wie hier Scheiße. Ach so. Was habt ihr eigentlich so gesagt im vorigen Tag mit der Kalkin sogar? Na, haben wir eigentlich mit dem Mammutbaum geschickt. Ach so. Warum heißt der Mammutbaum, aber auf Englisch betten wird. Ich finde es aber gut, dass die Scheiße gepfixelt ist. Ach, das steht wohl nicht mehr. Ein Mammutbaum hat mit einem Mammut, der nicht warft über GTA 5. Ungeller Name. Der ist ein Schirm einfach Fan. Oh, mein Händen. Ja, Held. Ja. Dann gibt es auch so eine Sachen hier. Aber ja, dann können wir besser aufnehmen. Knall, knall, knall. Ja, kein anderer. Ich verstehe so groß, ey. Problem ist, ich kann nur einmal pro Tag oder zweimal pro Tag Aufnahme machen, weil das Hochladen von mir ist sehr lange. Ist das nicht meiner? Na ja, wie gesagt, ich kenne das Spiel ja nicht. Aber wie haut es nicht hin? Das Hochladen sehr lange dauert hier auf den Internet. Oh, der größte Minensteuer eben. Ja. Nee, nee, ich meine zweite Familie. Ich hab diesen auf dieser... Fiepa! Lady! Wir sind nicht explodiert. Dieser eine da, dieser Fabi-Links-Ponsolent, ein Freund von dir? Fabi-Links? Ich krieg ihn ja vorne. Ganz unten. Oh, schön. Voll in so'n Face, Alter. Der Autoraut hätte ich lieber abgehauen. Also die von deinen Freunden hast du auch immer Spaß gemacht. Aber du hast ja auch über 700 Facebook-Freunde gesagt. Als Vormittag gelehntet haben. Du musst dir alle fragen um ein Abo, der ist doch richtig gut. Geil. Warte mal, Torsten, dann sind wir die YouTube abonnieren. Ja, und der ist doch so viel Lobbys. Der war hier. Was soll das ich meine? Was wir machen, oder nicht? Nein, den Löhnen hast du schon gefragt. Ich trau euch allen. Das sind halt Online-Spieler, ja. Ich sag immer wieder, du geholst mich nur von oben, wenn du 30 oder 20. Ich sag immer, du bist über 20. Ich sag immer, die auf uns kommen. Also Leute, du musst dich bei Düsseldorf fast machen. Liebe aufpassen, wenn du das klingeln kannst. Ja, ich sag immer, dass die Leute sind kindest, die du schon mal gucken können. Warum soll ich jetzt ja? Die Videos vom Topsteam ist ja ja, also ich mach einfach Videos, was Spaß macht oder nicht. Ja, dann riechst du schon mit mindestens zwei sieben Spreit. Ich bin mit der Drohne, die ist eigentlich immer eine freundliche Drohne. Hallo, ich bin freundlich. Dieser Mann soll einen schönen Überraschungsangreifen. Ja, das war bestimmt gar nicht so. So viele Sachen da jetzt. Dass der Buschmenschenkämpft, war uns Leute, die sich da doch weiter ansetzen. Das ist nicht welchen Busch ist denn, ich bin gar nicht. Der Ubergier wahrscheinlich, die Zischhose. Da hast du eine Granate schmeißen. Ich muss sagen, ich finde irgendwo nur besser als Meister. Der Ubergier muss nicht auf dem Dorf nehmen, sonst hat das einen Vorteil. Wer ist auf der Flach? Ich bin ruhig. Der Vorletzte ist nicht, wo ich so bin. Ja, also ich bin ein Spirat. Ach, die gehen wirklich Typen, die so rechtlich lernen, dass das Rad erwähnen müsste. Ich bin ein Spirat, ich bin ein Spirat. Ich bin ein Spirat oder in Kiel oder wo? Ja, aber ich bin ein Spirat. Ich bin ein Spirat. Ich bin ein Spirat. Die ganze Klasse habe ich dort nicht so groß ab. Aber... Ach so, ach so, ich habe mich verlesen. Meistens bleibt die Spirat. Und die kamen sehr schön bepflastert. Hallo, ein bisschen Wasser im Weg. Ich hab's mal. Es darf erst mal noch, wie ihr Scheiße. Du bist ruhig, ey. Sorge, wenn du einen Trench, oder? Du wirst mich in einem Spirat. Äh, äh. Ich muss erst mal mal hin. Wir müssen jetzt mal hin. Ich muss ein Löhacken, kann man gar nicht. Hat er dich schon mal hat? Aber ich bin ein Spirat. 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 Gehen wir sie mal rein, ne? Hat der Lieferfindling nicht gemacht? Hören Sie, Kerl! Ach so. Ist deine Internetverbindung abgetackt. Und dann gehts auch so in den Sachen hier, wenn da keiner drin ist, dass er uns ja wieder in der Welt rumlöst. Weil da ja keiner angemeldet ist. Gehen wir uns, Kerl! Ich weiß ja nicht, du musst levieren, Alter. Geil. Dann geht hier auf 5.000 andere Sache. Ja, morgen ist hier nach Hause gewesen. Dann geht hier auf 5.000, weil das anders. Alter, das Haus ist schräg. Das Haus ist so schief, Alter. Geht nicht so weit. Ja, mir ist der Beste, als ob man jetzt noch wehs ist, wenn man heute hinten hat. Ach, das Sammelstil. Aber es ist ein A10 und ein Display. Joa, also haben Sie schon ein paar Videos. Ein Haushaltsschläge, jetzt kann man den Lesen schauen. Gehen Sie das noch? Hallo, Alter. Linge. Muss ich dir essen? Ja, ich bin jetzt mal ein kurzen Cut. Oh! Gut, weiter geht's. Ja, hier ist wieder ein Wettbewerb gegen, glaube ich. Ist immer noch der Leibbund, der mich in der Hand hat. Heber, der ist schlecht, ey. Und der war wirklich gut geschickt, Alter. Wie so verrückt, dass ich zusammengestürzt ist. Ja. Über Auffassen kommt der Kuiper. Der, der explodiert mehr als einmal. Das ist immer noch Wettbewerb, kann man sagen. Darf uns ja auch gesund sein. Irgendeine Brille. Das ist jetzt nicht mal Wettbewerb. Obwohl es auch nicht so gesund ist, wenn man das dann machen kann. Hallo! Das ist ein Online-Spieler, ja. Oh, geil. Ist ja nicht, wie der Mann da noch online spielen kann, ey. Alles wird immer so geil geworden, ey. Da reicht man bei dem Spiel, eigentlich. Da reicht man dabei. Alle will gut mit. All die möglichen Sachen. Fortschritte und so. Also, man kann nicht an die Leute, die sind Kindespiegel-Spieler nicht. Das ist ein Trommel. Außer Online-Wasser, man findet ja auch Playstation-Store oder so. Das ist ein Profil und so. Da ist es ein Profil und so. Da ist es ein Profil und so. Ja, du. Komm. Weißt du, für die ist es noch gar nicht drin, die gibt es vielleicht. Ja, damals. Ich gehöre ja eben, das ist der Ocne. Dieser Mann so schön überraschend ist angesagt. Wie viel? Ja. Facebook. Wie bist du denn herzisch? Ganz so nice. Ich hab das da erwarten. Du hast die Hoffnung, dass ihr die auf YouTube abonnieren. Du hast die Hoffnung, dass ihr die auf YouTube abonnieren. Du hast die Hoffnung, dass ihr die auf YouTube abonnieren. Du kannst ja bei dir ein Abo machen. Du kannst ja fragen, wann sie dann gehen. Genau. Ich muss sagen, ich finde eure Wohnung besser als meinen Büschen. Du kannst ja von 200 Abos kassieren. Weißt du warum? Du musst ja sein, auf dem Dorf gehen, sonst hat das ja seine Vorteile. Im Tellergrad würden das Video wenig. Ja, genau. Ich gehöre da. Ja, also ich gehöre da, wenn du vor dem Motivier auf drei Videos sind. Mal kurz eine Karte machen. Ja. Das ist ein, Silber. Wenn ich da bin, dann bin ich auf drei. Ja. Drei sind mir zu wenig. Das andere zeigen Dörfer nicht so groß. Also wenn ich es in der Bindung habe, dann sehe ich es ja. Mal die Schrift wieder lesen. Ja. Ja. Na, Tante sieht da wenig anders, wisst du. Aus dem Meer. Ja. Das ist ein Dach für zwei. Wie nicht da lebt denn? Räumschrift. Ja. Ich glaube wir sind jetzt. Lade es nicht runter. Außer ich habe jetzt einen Bildschirmwacken. Lade es nur laut Techniklauncher runter. Ja, ja. Ja, ja. Ich habe nicht gekonnt. Ich würde aber auch so ein bisschen anwescht haben, wenn ich es nicht so noch lesen tut, wisst du. Gibt es eigentlich einer Typen, die im Kläsen zwei Online spielen? Ja. 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 Guck mal, ob ich jetzt irgendwas verstelle. Wie viel Level bist du hier? 51, geil. Auch hier. Du hast ein bisschen zutraut mit Level 4. Bei mir ist alles zu hell. Das ist 10-fache mehr. Bei den anderen. Obwohl ich Kind nicht anhabe. Ich fülle ja ins bisschen. Das ist der Nummer L8. Jetzt soll es wieder hin. Nicht auf der PS3 nehmen. Kommt die Meldung mal, kommst du nicht. Also für Aufrufen bekomme ich unabhängig, dass irgendjemanden stören kann. Nationaltyp-Moderator. Oder nicht. Nicht nur Werbung, meine ich. Auch hier bei Nintendo werden scheiße. Ja, wenn da so eine Karte machen muss. Das muss man sehr vielen Leuten aufhören. Aber wenn ich ja nicht so viel Aufrufen bekomme wie er, soll ich denke erstmal egal sein oder nicht. Schwerkraftstacheln ist da ziemlich hoch und schöner Name. Ist der PS3 noch angesagt oder mein alten Bruder? Ja. Ja. 800.000 Abos. Hat der Kind an der Wahl. Es gibt ja noch so viele PS3-Spiele oder nicht. Ich denke mal vor allem, was es noch mal ist. Vielleicht würde er mal eine menschliche Kralle die Abos bekommen oder nicht. So auch scheiße oder nicht. 4 und 4 zusammen. Der muss schon alles richtig machen, weil es ist ein Kanal oder nicht. Ist das mehr PS3? Der darf sich nicht so einfach sehen wie wir oder nicht. Ist doch mal die Schriften gelesen. Ja. Weil ich ja nur war, weil ich ja zwar nur. Weil ich ja am meisten... Ich sage nicht gerne nur. Ich sage meist immer, weil ich ja über 20 Abos habe. Weil der muss ja anfangen. Brauchen wir da nicht so viel Sorgen machen, wie wir Nintendo, wenn er so machen würde, wie ich wüsste. Wenn er Kamera-Fails hat oder so. Ja, ja. In der Gelbberg hat sogar das Kutub entstanden. Bei Youtube ist bloß ein Kutub. Meine Abos wachsen ja nicht am Räumen. Ich würde aber so ein bisschen haben, wenn ich den Stupfen nicht so noch lesen tut. Ach so. Ich würde es nicht so nah haben, dass man den Stupfen nicht so noch lesen tut. Das ist bei mir immer so zu ernst. Ich ist selber nicht. Das ist eine Einbildung. Jede Abos ist eigentlich ein Kutub-Account. Der letzte Kutabon. Immer so eine Wahnverstellung. Das ist ein Kutub-Account. Oder von 810 YouTube-Accounts. Oder von 810 YouTube-Accounts abonniert, ja. Das heißt, wir müssen auch ein bisschen wieder rausbringen. Das heißt, wir müssen auch ein bisschen wieder rausbringen. Ich sage sie nachher, ey, es ist bei der Kappi aufgenommen. Das ist ja nicht so schön. Das ist ja nicht so schön. Das ist ja nicht so schön. Da kann das schon fänglich werden. Da kann das schon fänglich werden. Ja. Also so aus der Ausblick von Söhn hat, wie ich. Warum nicht, dass du den nervt und den jetzt so oft hört, um Tendo reden. Weil, guck, genau, geh ich sehr gerne zur Zeit wieder. Ich verliere B. Vielleicht nicht die ganz neuen LPs, aber The Banjo, Super Mario. Ja, ich verliere. Ich verliere alle drei. Letzten Buchstaben. Das gibt ja meistens über Zelda, wirst du. Und ich habe noch nie Zelda gezockt. Wie Mario. Ich verliere den Ausblick von U3. Oh, Luigi. Genau. Ich verliere PP. Ich verliere PP. Ich verliere PP. Das ist ja ungefähr 500. Ja. Ich verliere PP. Das ist ja auch gar nicht. Wie ist denn, wie Bosa Junior als erstes hieß? Baby Bosa. Maare VATI 2 und 3. Da ist es ja Baby Bosa. Nach allen Sprachen, glaube ich. Haben sie erst steht der Borussia Jr. genannt. Ich glaube, ich glaube, wo die Gamecube rauskam. Alles ist von Logos nicht drin. Ich glaube, da wo die Gamecube rauskam. Also Mario Party 4, weißt du? Können wir irgendwo wieder das Blame machen? Ich weiß nicht, dass ich da rauskomme. Aber Mario Party 5, da kämpfst du auch gegen 3 Bosers. 3 Bosers gehen da nach Hause. Ja, den hat man in der Spell gesehen. Was hältst du in AE und AF gesperrt auf Handy? Hältst du in AE und AF gesperrt? Warum kenne ich hier raus, die Kinder in AE? Halt, ich habe jetzt irgendwas verstellt. Ich wollte jetzt nicht so als Kinder sein, dass der Fluss da rausgerutscht. Ich weiß nicht, ob ich alles in der Fall ist. Ach so, ja. Oh Mann! Auch für Kinder ist der Gezümpfort immer nicht. Bei mir ist alles zu hell leuchtend, ich sehe. Ich weiß nicht. Aber wie ich Kind nichts anhabe. Ich bin mit Fünf gekommen. Eigentlich schon. Der Gehland anfangs, der würde nicht so schnell aufsteigen können. Ja. Jetzt hört es wieder hin. Ich bin mit Fünf gekommen. Ja. Wenn ich es noch kommen mag, erstmal einen Cut. Wenn ich es noch kommen mag, erstmal einen Cut. Aber das hat die Aufrufe bekommen. Und dann wäre nicht das jemand steigt. Ja. Die Seite können wir so oder nicht. Wir machen was mit den Haltenschwerden. Nein, siehst du? Die Hände einschlafen langsam. Okay, aber Nintendo wirkt ein Scheiße. Wenn der so eine Kamera fehlt. Wenn der schon ist oder nicht. Oder später. Aber ich werde nicht so viel aufbekommen, wie er. Oh nein. Hallo Leute! Willkommen zurück zu Let's Play! Auf der Nummer schon auch nicht. Playstation 3 Was heißt denn das? Keine Ahnung. Das hört sich mal an wie ich. Ja, also das habe ich ja nur meist an der Wii U. Scheiße, aber nicht. Da musst du halt uns über den Filmsoftware vorhin da nicht. Der darf nicht so einfach so wie wir da nicht. Darf ich da vorspielen? Darf ich das? Bei mir war Eke, aber Eke, du war Aber ich als meine Also sonst kenn ich ja fast die Leute von Let's Play Super Mario oder Let's Play was auch immer. Let's Play mein Quart. Aber ich glaube ich bin noch ein paar Szenen drauf und Spiele am Hintermort und Call of Duty Black. Und ich weiß nicht was das heißen soll. Weil ich hab ja in den Kulturlettsplay gesagt dass ich mich für wilde ist von Call überhaupt nicht interessiere. Also ich interessiere mich nur an Falk und Spiele. Nur als nur als kleine Informatierer. Also damit starten wir ein neues Spiel. Ähm, ich habe ja schon mal aus zwei Gründen auch aus ein Spiel. Aus den ersten wird die Standardsteuer auf die Szenen aus dem zweiten Grund ist äh Ich wollte ein Aufnahmeschirm davor machen. Aber er war zum Glück auf der Aufnahmeschirm durch den Brücken. Dass er weiß ich schon mal wann vor der Teier ein wenig verscheint. Aber ich gehe eigentlich das Spiel in den letzten Jahren aus. Ich weiß dass ich mich gar nicht auskennen. und dass er auch hier ist wieder abgeben. Und da wären wir mal hin sofort los. Ich weiß nicht warum das hier ist. Ich geh schon mal nach Nein, der Lux treu. Hat den Abonniert, wirst du? Wie gesagt ich, die Abonniert von... Ich will nicht aufwachen, Mensch! Ja, was das nicht kann, aber... Nein, mach ich nicht! Nein! Da ist die Videonachricht hoch, ja. Selbstverstanden? Gut. Ja, logisch! Ja, logisch! Kannst du die Verantwortung zeigen, oder nicht? Weil wir wissen, was hat der Jürgen ja auch noch macht, weil, ja. Und ich hasse Verantwortung. Ernsthaft, ich kann Verantwortung ja auch nicht leiden. Neu! Halt's mal! Ja, ey, ey! Und wenn du fährst, du eben nicht an den Gegenüber. Dann bringt ja meine Mutter nach Hause. Hahahaha! Operation Gabby, ja. Ja! Heute ist ein Satz für eine Sicherheit! Ja, der war eigentlich... Neu! Die kill dich aber auf die Kinder, Alter! Die fanden... Wollte jetzt nicht so als Kinder sein, dass das bloß da rausgerutscht. Jetzt nichts an, du jetzt nicht sagst, sind wir verhalten. Achso! Auch wirklich hin ist er gezwungen, ist er gezwungen, oder? Ja, ja, das kann ich nicht. Ja, das kann ich nicht. Nein, nicht. Das ist Level 5 gekommen. Ja, ja, ja. Das ist Level 5 gekommen. Ja, ja, ja. Das ist Level 5 gekommen. Ja, ja. Das ist sehr positiv, aber. Wunderschöne Hände, ja. Was wir mal ausprobieren. Das geht. Ja, ja, ja. Ja, gut Leute, ihr macht erstmal einen Cut bis zum nächsten Mal. Ey, ich hab auch immer vier Augen! Einmal im Fernsehen und einmal hier! Tschööööööön. Alter, du gehst ja auch aby! Aber wir sehen uns dann in der nächsten Part! Bis dann! Wahnsinn! Sichern! Alpha! Alpha! Meinen Kopfbeter! Cool! Cool. Ich kann meine Wohnung sehen und die Leute sehen. Ist das nicht interessant? Aber ernst, wer ist nur zu Eif und Betatürch tätig sind. Wie gesagt, Schule war noch nie mehr in Interesse. Ja schon, aber wann, wenn ich die siebte, achte und sechste und nördte Teil mit der Hauptschule wäre. Ja, das würde ich ja sagen, okay, das kann man so machen. Aber in der scheiß Realschule zu sein, darum bin ich ja gar nicht, wisste. Ich passe Realschule, ich passe einfach die Realschule, ich passe den Stoff davon. Hauptschule ist viel cooler. Fällt also meiner Meinung, wisste. Andere sagen es mir, ja. Ja, los, folgen, folgen. Die schießen jetzt wahrscheinlich wie die letzten Arschlöcher. Also ich finde Hauptschule ganz in Ordnung. Autsch. Teil fressen, Thor. Eih, wie süß. Eine zu viel lange Weile in dem Wasserpark. Guckt mal schon. Leute, ich werde mal ganz kurz einen kleinen Cut machen, ob die Aufnahme auch wirklich gestartet wird. Luxus treu. Wenn ich, dass das Video wieder gelöscht ist, werde ich wieder dröseln. So, willkommen zurück. Ja, ich hoffe, dass ich das größte Gefühl habe, dass ich bei der Voraufnahme schon ein Video erstellt habe, weil irgendwie das gelöscht worden ist. Aber diesmal ist das nicht der Fall. Ist das nicht meiner? Eigentlich geht mir sowas nix an. Äh, die schießen alle wieder, oh Mensch. Wo läuft denn der Furie hin, ey? Ehh. Ehh. Eigentlich da, da müssen wir nicht damit hin, wenn der Video mal verlangt. Ja, klar. Der Luxus treu. Muss der. Haben die nicht abonniert, wirst du? Ah, da ist er. Wie gesagt, ich die abonnier von mir keinen. Ja, klar, auch so eine Kanone, wie logisch. Ist ja mal voll Star Wars, ey. Auch wenn ich dir wusste, du komm ein bisschen umfallen, aber... Gleitet auch ein Tor ab. Ehh. Ehh. Ups. Weiß ich das? Oder weiß? Alter. Zu viele Abos müsste ich auch zu viel Verantwortung zeigen, oder? Mein RP-Video ist auch der Nachteil. Und dich hasse Verantwortung. Es gibt so viele Gassen. Ja, und Sam, verantworten soll ja nicht allein. Alter, die Baller mit den letzten Haarschlöchern. Und, ey. Ich bin in seinem Laken, wie sieht der auch mich doch mal. Ehh. Da ist der Teifre. Ey, klug Scheißer. Scheiße Spielzeuger, oder? Oh, oh, oh. Für mich sieht's übel aus. Ehh. Die Lau... Ich lauf schon mal vor. Marius. Kontrollpunkt erreicht. Einsteigen. Yeah. Wollender Stuhl. Ehh, eins. Weiß denn, ich drück beide Tasten. Glockenl. Jubies sehen wir mal. Tschüß. Meine Freunde. Trennung ist schwer. Ich weiß. Hahahaha. The Game. Woah. Oh, das ist auch noch tro. Das tut mir aber sowas von Leid. Tschüß. Tschüß. Jetzt bin ich schon wieder in das hässliche Zimmer drinnen. Naja... Was im Studio, Alter? Was soll das? Warum quillt er kurz drücken den armen Mann, ey? Der macht erstmal einen Kack, bis zum nächsten Mal. Das sind der Starschutz-Kamera, nehmen wir es sonst mehr auf. Na toll, jetzt weiß ich gar nicht, wo vier Eck ist. Ey, das waren zwei Punkte. Nein, den darf ich bringen! Ich hasse selbst-suizide! Oh, wups! Geil! Finden sie zum Erledigen die Klasse...